Ich will, dass Weemon stärker wird. Also habe ich gesagt, dass dieser Move... Ja, es fehlt. Und dann ist dieses Monster wütend geworden und davon gestürmt. Ich war wohl zu dreck. Ja, ich weiß schon, wo Weemon ist. Haben wir eben gerade noch gesehen, ne? Gut, gucken wir nochmal eben da hinten nach dem Ausrufezeichen. Eine Banane. Da gibt es ein Fehlzeug, das nehmen wir alles mit. So, Marine angemammelt. Hui, ist schön kühl. Ich bin da hinten. Ist klar. Also manche Digimon, die man hier findet, kann man nicht direkt mit lösen. Man muss erst mal in der Story weiterkommen, bevor die mit einem mitkommen. Ich bin da hinten. Digi-Ionenwasser erhalten. Ich bin da hinten. 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 Und wir haben eine Digi-Mage. Unterordner, hilf mir! Probemann. Alles klar. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten gerade. Butril das Krasi. Wie seht's mit mis Gerassiamen. Gleichzeitig ist einaves Mit. So, mitnehmen. So, wo man sagt, er soll zurückkommen. Ich kämpfe mit dir. Gut, er ist auf dem Rookie-Level. Das muss ja auch recht schnell gehen. Ja, das war auch so. Doch, war recht schnell. Alles da, sehen wir alles da. Jetzt müssen wir nochmal wieder zurück zu Togemann. Und dann porten wir uns wieder zurück in die Stadt. Oh! Oh! So, dann kriegst du noch lieber Namen. So, dann kriegst du noch mal wieder zurück. So, dann kriegst du noch mal wieder zurück. Und dann kriegst du noch mal wieder zurück. Geht's? 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 Das war jetzt mein letzter ne? Mein letzter Autopilot. Geht's? 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 Und Level Up! Sechs Punkte haben wir. Ich glaube dann nehme ich schonmal, oder? Das Eierding? Oder... Oder das hier? Ja, ich glaube ich nehme erstmal hier das. Nach jeder Entwicklung dann ein bisschen mehr oder bessere Attribute kriegen. Gut, äh... Botamon, was sagst du? Ein höfliches Digimon, tief in einer Höhle in den nahen Ebenen. Oguinoeinöde wurde Argomon entdeckt. Er ist wie ein großer Bruder. Also bring ihn schnell her. Und auf der Brücke bei Cupmod gibt es einen Digimon, das gerne angelt. Und auf der Bruder. Okay... Wo ist denn jetzt der Architekt? Architekt? Architekt ist noch nicht fertig. Wenn die Stadt nicht wächst, sieht sie aus wie ein Pappmaché. Alles klar. Die Stadt muss jetzt erst wachsen. Bevor... Ich den Architekten benutzen kann und die Gebäude verbessern kann. Reicht das? Habe ich jetzt schon genug? Reicht das, wenn ich jetzt einmal rausgehe und wieder rein? Anscheinend nicht. Okay... Training! Oh, was machst du denn hier? Ja, das ist das Ding! Ich habe da, stelle das Ding. Inhalte, los. Wie geht's das Ding? Lass mich nicht hier. Wenn ich jetzt ein Ding war, ist das Ding. Das sind doch ganz schön doof, die beiden. Das ist alles noch über 700, 685 im Vergleich zu den anderen Werten. Langsam sind sie auch. Doof und langsam. Also das sind halt Snow und Darkie, ne? Das sind halt Snow und Darkie, ne? Ich bin müde, die sind echt wie so kleine Kinder. Zutat, fly! Okay, das ist das. Töne, Töne! Töne, Töne! 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 Töne, Töne! Töne! schlafen die stadt die muss dringend wachsen mal eben über nacht alles klar ja cool wir können uns jetzt auch durch die viertel hier porten so ja 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 Das ist super, Hymari-Trikker. Wir werden auch nicht verlieren, Yuki. Ja, gehen wir, Kota. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Oh! Von den Daten aus der Bekämpfung ist, dass der Degimon noch nicht als Mugendoramon geworden ist. Aber wenn man sich nicht aufhören kann, dann ist es危险. Du bist auch. Das ist ein Anhänger von Taomon noch in die Stadt. Im Geschäftsviertel soll es angeblich vieles Essen geben. Was solltest du dem einsehen? Das hat man recht Sorgen aufgenommen. Kyogimon? Ah, sieht man im Geschäftsviertel nach. Das wird dann wohl das Krankenhaus sein. Alles klar, wir haben nochmal neue Digi-Mail. Die Sackgassenstadt im Westen der Serverwüste. Das war da, wo eben dieser Swimmingpool war oder was das war. Diese kleine Oase. Diese kleine Oase. Wir können auch mal eben mit Botamon reden. Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Bements